Moment, ich habe eine Idee, was wir jetzt damit aufkriegen mit diesem Ding hier. Mir fällt doch noch ein, was wir vielleicht mit dem Zeichen aufkriegen. Und zwar... Ich weiß ja nicht, was es bringen soll, weil ich daran sterbe. Aber wir könnten ja versuchen... Ähm... Die... Es gibt ja noch diese andere Kathedrale, ne? Die da unten? Hatte die ein rundes Tor? Nein, hat sie nicht gehabt, aber... Das stört uns ja erstmal nicht. Runde Tore sollen uns jetzt nicht aufhalten in unserer Mission. Und wir versuchen es dann auch mal. So. Hier war ich schon mal, ne? Schön, dass man hier runterspringen kann, ohne Schaum zu nehmen. Curious. Nein, gut. Jetzt können wir mal diese Sackkasse nochmal ausprobieren. Vielleicht bringt es das ja... Das ist ja eigentlich für eine Höhle. Und danach bin ich wieder in diesem komischen Wald, weil das ist dann wieder der einzige Ort, womit der mir spontan einfällt, wo es dann zwar weitergehen könnte. Ach, hallo Freunde. Ist jetzt auch nicht direkt ein rundes Tor, ne? Huh? Ja, es ist... Bei aller Definitionen, dieses Tor ist definitiv nicht rund. Na ja, versuchen wir mal kurz ranzurennen. Sterben wahrscheinlich mit unserer 79-Seelen-Tasche und dann... Okay. Na, dann sterben wir halt nicht, weil ich entscheide, was nicht zu tun. Aber wir können doch hier nicht irgendwie... Diesen Kelch hier können wir auch nix machen, oder? Kelch hier, Quatsch. Kein Jäger kann dieses Schicksal entkommen. Das ist ja toll. Also ich habe mittlerweile sehr viele Schlüsselabzeichen. Schlüssel und Tor, das Rundenplatz der Kathedrale. Wobei der scheiß runde Platz ist. Ich habe das hier gefunden. Von Archibar, dem berüchtigten Exzentrik der Heiligen Kirche. Heimlich für seine Freunde hergestellt das Abzeichen. Archibar fasziniert von der blauen Funken, die den heute in der Dunkelbestien ansprang und wibnet sein Leben in künstlichen Reproduktionen dieser Funken. Die hat der Nachforschung erinnert zufällig sehr der Methodiken von Bürgenwend. Zufällig? Eins, äh, dieses Jahr war er heiß. Die Heilige ist ein Uradnini von Helden, die erfüllen sehr früh seine Rederlichkeit. Ja, toll. Hm. Bringt mich jetzt auch nicht weiter? Wo ist denn Zuschauer? Wo kommt das her? Ha. Autsch. Na, ist auch egal. Ich jetzt hier sterbe, wenn ich sterbe. Oh, ich werde bestimmt sterben, wenn ich da in den Lern... Oh, das Vieh gibt es hier auch noch. Bleib stehen, du komisches Vieh. Yay. Und tschüss. Wuhu. Wuhu. Jut, hier kommen wir jetzt auch nicht weiter. Da gehe ich jetzt nochmal in diesen komischen Wald und gucke mal, ob ich es da nicht irgendwie noch was gibt. Aber ich meine da, ihr habt es auch nur Sackgast. Dann kommst du halt auch nur nach Bürgenwärth und dann wartet. Und die Penner hier lassen mich auch nicht rein. Bäh. Die lassen sich auch nicht mit sich reden. Das ist ja wahrscheinlich nicht der runde Platz. Ich brauche das Abzeichen aus Jaha Ghul, aber in Jaha Ghul möchte keiner mit mir reden. Da komme ich also auch nicht weiter. Also ja, was ich mache und wo ich es mache, ich komme nicht weiter. Das hat ja auch ein bisschen was deprimierend. Die Typen tragen immer noch die Kreuze-Grabe. Das ist ja großartig für sie, aber mir auch komplett egal. Vielleicht sollte ich den Typen aber weiter rauslocken. Dann habe ich noch bessere Schöne wie in dir, ne? Ne, da oben komme ich auch nicht. Ne, das ist nochmal so eine komische Höhle. Zumindest die hier ist besser abgestützt als die letzte. Die Höhlen sehen ja nicht alle sehr komisch aus. Also die letzte Höhlen, in der ich war, die sah nicht so aus. Also es ist ja nicht mal wie Bergbau, das sind ja auch welche Steine, die irgendwie wieder neu gestapelt sind und dann halt irgendwie oben mit noch mehr Steinen, die außen sind. Achso. Cool. Ist die mir jetzt sauer, wenn ich die gefühlt habe? Wahrscheinlich jetzt öfter? Das wäre echt cool. So, jetzt ist die Frage, wie kriegen die Typen hier tot? Beim letzten Mal haben die mich ja alle gemeinschaftlich erschossen. Das war halt so ein bisschen unpraktisch. Ist gerade der Ungeschon? Ich glaube, scheinbar noch Synchron. Hm, komisch. Hm. Naja, gut. Äh. Ich glaube, die Hexe vom Wirkenwald ist mir irgendwie sauer. Hat der gerade am Unfall noch einen Schuss abgefeuert? Ah ne, ich war das. Ja, hier geht es aber auch nicht weiter. Um mal die ganze Geschichte mal ein bisschen abzukürzen. Oder? Naja. Komm, 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 So, haben wir jetzt einen tollen Friedhof gefunden. Das ist auf jeden Fall hier nicht der verbotene Wald, von dem ich es natürlich noch mal gelesen habe. Na doch, der Ton ist Asynchron. Das ist schlecht. Wir fixen mal das Problem jetzt am besten. Das passiert nämlich irgendwie ab und zu mal, aber ich weiß nicht, warum. So. Das ist richtig, das nicht. Asynchroner Ton ist doch richtig unangenehm. Vor allem, das wird in dieser Sekunde mehr, ne? Scheint die jetzt hier alle fünf Meter? Das ist doch ein, das ist doch ein Minus nicht passiert, oder? Okay, versuch mal was. Mit. Äh. Du-du-dum. Ich schalte mein Bildschirm wieder um. Weißt du das? Bildschirm? So kann ich arbeiten. So. Deaktiviert. Oh, Quatsch. So meine Webcam. Die wollte ich nicht. Äh, wo ist denn das Ding hier? Da. So. Sollte wieder fit sein. Hä? Hä? Wo startet denn die Capture Card neu? Habe ich auch gerade gemacht. Also was heißt neue startet? Ich habe das Ding... Ich möchte trotzdem mal auf die Frage zurückkommen, wie? Hä? Also, wenn ich hier so seitlich gehe, also wenn ich seitlich laufen könnte, würde ich da durchkommen. Wie? 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 Das Ding ist, ich habe ja nicht mehr so viele Zeichen dieses starken Jägers, also wenn ich dafür, wenn es nochmal pass, noch zweimal passiert, bin ich tot. Also, nochmal darf ich mich nicht behängen. Was ist das denn? Ich würde ja immer rauskommen. Ich habe ja noch das, ähm, es gibt ja noch diese, das Zeichen des Jägers, den, quasi den Hard Reset. Es gab früher, durchaus im Oster, musste man in diesen Situationen einen Admin anfordern. So, trotzdem ist mir immer noch die Frage, welches Tor auf den, aber doch, ich glaube, ich weiß, welches Runde Tor. Ich habe eine Idee, wo ich noch hinrennen kann. Jetzt probieren wir mal noch schnell. Vielleicht, äh, ist das sinnvoll. Warte mal. Wie sinnvoll ist, auf jeden Fall in der Zeit, um hier stehen zu bleiben. Uh! Also, wie viel Schaden mache ich hier in den jetzt hier eigentlich? Ja, ist schon besser. Das haben wir jetzt schon getestet. Hallo! Uh! Schlafen die jetzt hier? Oh, die schlafen tatsächlich. Cool. Ähm, ist das hier der Runde Platz der Kirche? Wahrscheinlich ja nicht. Wir sind jetzt da hinten auf dem Tor. Ähm. Sollen wir nicht aufwarten, dass hier ein Durchgang ist? Ähm. Ja? Ah ne, ich glaube, hier war ich schon, oder? Der ist ja wieder. Ich glaube, die sind anfällig gegen Feuer, oder so, oder? gegen normales Zeug sind hier... Ist es hier? Hier war ich noch nicht. offensichtlich. Hallo? Zwölf glänzende Münzen. Äh. 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 Ach, guck mal, er schon wieder. Grüß dich. Oh, schön, euch gesund und munter zu sehen. Lasst uns überlegen, worüber wir reden können. Sagt mir einfach, was ihr wissen wollt. Äh. Wie ihr wisst, ist die heilende Kirche der Ursprung der Blutheilung. Tja, ich bin ein einfacher Jäger und kenne mich mit ihren Angelegenheiten nicht so gut aus. Aber ich habe gehört, dass das heilige Medium der Blutheilung in der Hauptkathedrale verehrt wird und dass die Räte der alten Kirche im oberen Teil des Kathedralenbezirks wohnen. Wenn ihr die Blutheilung wollt und die Kirche sie bewilligt, solltet ihr sie aufsuchen. Ja. Bergenworth ist ein alter Ort der Lehre und das Grab der Götter, das unter Jarnam erbaut wurde, sollte jedem Jäger bekannt sein. Einst entdeckten junge Bergenworth-Gelehrte tief unten im Grab ein heiliges Medium. Dies führte zur Gründung der heilenden Kirche und der Einführung der Blutheilung. In diesem Sinne kann alles Heilige in Jarnam nach Bergenworth zurückverfolgt werden. Doch heute liegt die Akademie tief in einem dichten Wald. Verlassen und verfallen. Und noch dazu hat die heilende Kirche Bergenworth zu verbotenen Grund und Boden erklärt. Man weiß nicht, wie viele der Gelehrten noch am Leben sind, aber nur wer das Passwort kennt, darf das Tor durchschreiten. Hab ich gedacht, er hat mir das schon mal erklärt? Das ist... Der erste Text kam halt überhaupt nicht bekannt von der zweite schon sehr. Für was wir sind das denn? Ah, es gibt etwas, das ich euch erzählen möchte. Eine kleine Weisheit des berühmten Meisters Logarius. Einst betrug ein Gelehrter seine Kollegen in Bergenworth und nahm verbotenes Blut mit nach Schloss Cainhurst. Dort wurde der erste der unmenschlichen Ekelblüter geboren. Die Ekelblüter sind teuflische Wesen, die die Reinheit der kirchlichen Blutheilung bedrohen. Das Oberhaupt der Ekelblüter ist heute noch am Leben und um den Wunsch meines Meisters zu ehren, bin ich auf der Suche nach dem Weg zu Schloss Cainhurst. Die Ekelblüter. So, so. Ich verabschiede mich. Es war mir eine Freude. Also wir haben den... Ja, das Guteblüter gehört. Also wir haben anscheinend doch den Weg... Wir haben anscheinend den Weg weitergefunden. Das ist ja schon mal... Kommen wir jetzt vielleicht in den unteren Kathedralenbezirk? Junge, Junge. Der Weg war aber am besten wenig... Scheiße. Hm. Und nun? Oh, ich kenne das Passwort anscheinend. Warum kenne ich das Passwort? Bereits tot. Weil es sieht schon vor allem so aus, es wäre schon länger tot. Wer hat mich denn hier nach dem Passwort gefragt? Der Geist von dem Typen? Aber warum... Ach du Scheiße. Aber wie Fallschaden scheint in Bloodborne eher weniger am Punkt. Was trage ich denn nicht gerade für Klamotten? Achso, ich habe gerade das... Ähm... Das Kirchengewand habe ich gerade an. Das ist ja schön. Ob ich das jetzt gerade weitergebracht habe? Na gut, ähm... Gut, das ist dann wahrscheinlich der erwähnte verbotene Wald, von dem hier immer so viel... von dem ich schon so viel gehört habe. Würde ich jetzt mal vermuten. Ich bin ja mal sehr gespannt, was es hier wieder Tötiges gibt. Ich bin sehr gespannt. Verbotener Wald, Mensch. Äh... Da unten sind Mühlen. Mehrere sogar. Wer richtet denn bestimmt mitten im Wald eine Mühle? Weil jetzt davon abgesehen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass du im Wald besonders viel Wind kriegst. Das heißt, weil ich hier verboten ist, rennen hier noch erstaunlich viele Leute rum. Also, zumindest ist es einer. Äh... Äh... Genau. Naja, wissen wir jetzt, wo es weitergeht. Das ist doch schon mal viel wert. Äh... Und die Typen sind bestimmt da bedrohlich. Oh, ich hasse dieser Typ, Ben. Hey, die bewerfen mich mit Öl. Kann nicht lange dauern, bis der Molli hinterher geflogen kommt. Ist die große Frage, aber ich... habe ich an anderer Stelle einfach zu lange gemacht? Oder... Also, war meine Exkursion nach Hemvik jetzt... jetzt verfrüht? Und bin ich jetzt zu stark für dieses Gebiet? Oder... Ich meine, die droppen ja anscheinend alles, das Zeug, weil ich... Warte, glaube ich, noch mal eine Laterne. Die droppen ja anscheinend alles, was ich brauche. Ist ja unübersicht, dieser Sumpf hier. Manchmal nervt es mich echt, dass meine Budi so... Was ist das denn für ein... Achso, das ist ja schon wieder. Manchmal nervt es mich, dass meine Budi so hellhörig ist. Ist der anders als die anderen? Ist du grün aus? Ne, der ist nicht anders als die anderen. Schöp, genauso. Äh, weil hier hat gerade was Geräusche gemacht. In der Nebenwohnung. Da habe ich übel verjagt. Vielleicht habe ich mal Angst, dass jemand in meiner Wohnung ist. Ich wohne alleine. Das wäre, äh... Sehr interessant, wenn dir irgendjemand Geräusche machen würde. Da würde ich mich voll richtig erschrecken, wenn dir jemand an der Tür stehen würde. Oh, wie... Oh, wie immer ich in diese Tastung rankomme. Obwohl, an sich... sitze ich mit dem Rücken zur Wand und ich habe die Tür und die Fenster... äh, die Fenster im Blick. Also eigentlich... Für meine animalischen Instinkte sitze ich eigentlich perfekt. Es war so, dass ich das immer im Blick habe. Guck mal, da vorne ist eine Laterne. Jawohl. Äh, falls hier irgendjemand mich anfallen würde. Das ist irgendjemand, würde sich die Wand hinter mir graben. Das wäre schlecht. Ich habe übrigens Hunger. Möchte mir irgendjemand was zu essen bringen? Ich hätte gerade so richtig Bock auf Lachs. Ich habe mal richtig Bock auf Lachs. Ich glaube, ich habe einen Shot... Ich sehe ja die andere Seite eines Shot. Daran wüsste ich gewöhnen. Meine alte Bude war irgendwie... Also das ist meine alte Bude. Die war halt... Also entweder meine Nachbarn haben mich gehasst, weil ich habe ja nicht öfter mal nachts gebrüllt, weil ich mich auf ihr aufgeregt habe in diversen Spielen. Oder... Also entweder... War das echt schwer? Nicht so hellhörig? Oder meine Nachbarn haben enorme Toleranz aufgebaut? Oder waren die Meister besoffen weil sie schwecken worden? Noch mehr Gegend... Ich habe noch nie eins benutzt. Ich habe keinen Lachs hier. Oh no. Ich liebe Lachs. Da ist so ein richtig schön gebratener Lachs. Oh, nach Pfanne. Nach Pfanne hier. Auf Backblech vielleicht noch... Der hat eine Pistole. Der hat eine Pistole und ne... Der hatte so... Guck mal, die sehen ein bisschen anders aus. Die haben so einen Trenchcoat an. So eine Art. Kann man hier runter, ey. Ach! Oder auch so... Wo ich auch gerade irgendwie ein bisschen Lust hätte, wäre so ein Kartoffelauflauf. So mit so Pute drin. Scheiße, ich habe gewusst, dass das existiert. Ich hatte gerade meine Hand nicht am Controller, weil ich was trinken wollte. Ich glaube, ich habe diese Szene schon mal gesehen. Und da war ich ein bisschen langsam beim Zug... Kirchenhammer. Und da war ich ein wenig... Da war ich ein wenig spät beim Zugreifen. Komm mal, hier. Die haben so einen. Warum ist das Drixxinger? Jetzt schießt er jetzt auf einmal schießt er auf einer hier oder was? Nein, hier ist die Pulte. Das ist ein anderer Typ. Der kommt nicht wieder. Rollkeule. Dann hast du keinen Bock auf Lachs. Oh, ich weiß nicht. Ich werde jetzt einfach hier Eisquart weiterholen. Hä? Aber die würden das Ding ausgelöst hier durch die Holz... Achso, da ist der Schalter. Oh, Mensch. Hui! Hui! Ich kann mich auch an Lachs überfressen, so ist er nicht. Das geht sogar relativ schnell. Das ist generell irgendwie so... So richtig leckeres Essen hat man irgendwie selten. Das ist das Beispiel... Ach, diese Typen. Ich hasse diese Typen. Wie sind die Staggern? Ähm... Gutes Beispiel war die Weihnachtsfeier von Arbeit. Da ihr habt es so... ganz. Ich mag ganz. Sehr. Also da ihr habt es noch eine leckere Soße. Dazu ihr habt es noch so eine... Also es war so ein Catering-Service, die die liefert hat. War jetzt nicht top-notch, super toll, wie von oben ihr Haus gemacht. Aber es war schon echt lecker. Also es war Judith-Catering. Hat die Firma da eigentlich gekauft hat. Und dazu ihr habt es dann noch so... Ähm... Knödel? Ne, wie heißen die Dinger denn? Diese matschigen Kugeln, die man mit Soße übergießt und reintunkt. Und dann ist das eigentlich ziemlich lecker. Es ist die Anciane. Gibt es auch nicht so gut gemacht, dann schmeckt es nicht so geil. Auf jeden Fall. Wir werfen mich hier mit Öl. Das finde ich nicht gut, weil ich ahne, was ihr Plan ist. Was sind wir denn hier eigentlich? Bei den Gypsies? Sie stehen hier alle mit ihren... Sie stehen hier... Oh nein. Oh, Monster. Ich bin nicht derjenige, der für andere Leute... Der lebt ja immer noch. Wie schnell der so wird. Ja gut, dann waren es aber... Okay, dann waren es Knödel. Auf jeden Fall war es sehr lecker. Zählen kriege ich sogar cool. Äh... Und... Ich habe... Ich habe... Ehe die Anciessen, lobe ich zwei von den Knödeln und noch was... Und ein bisschen Rotkohl dazu. Und dann dachte ich mir, das war richtig lecker. Hol es dir nochmal nach. Und dann habe ich nachgeholt. Und... Dann war ich bei meinen zweiten... Bei meiner zweiten Gans so halt durch. Und hatte schon einen Knödel hinter mir. Und dann ging ich gar nichts mehr. Dann war ich einfach noch voll. Dann habe ich mir noch die ganzen hintergequert. Und dann ging es mir richtig schlecht den restlichen Abend. Also zumindest für eine Weile. Ach, nach einer Stunde ging es wieder so. So, aber auf jeden Fall. Kurz nachdem ich dann mich dazu in den Runden hatte, dass ich das Essen jetzt doch weg stelle, kam unser Geschäftsführer an. Also unsere Firmenstruktur ist so, dass wir zwei Geschäftsführer haben. Und der eine, der ist nicht so oft im Haus, weil er hat noch andere Firmen, den Geschäftsführer ist. Und das... Die wir hatten, ja, die wir haben gleich mehrere Firmen. Aber der war auf jeden Fall immer da. Und der hat dann... Saß dann auf jeden Fall an meinem Tisch mit dran. Und hat sich dann über irgendwelche Themen unterhalten. Und der hat dann so ein paar Standpunkte da gelegt. Und hat so ein bisschen seine Sicht über dieses Ding erklärt. Und wollte dann so ein bisschen Input haben. Da wird halt so ein bisschen kreativ wie die Gespräche an vorne. Aber das Problem... Und das sieht doch hier in einer Falle aus. Das Problem war aber, dass mir so schlecht ging, dass es beim besten wenig ging. Und das war halt irgendwie doof. Besschen guter Blinden. Ist hier so ein Loch drunter? Unscheinlich. Ja, das war halt doof. Aber das war halt echt lecker. Und ich hätte ja noch nicht ganz hier essen. Also noch so ein Stück. Aber ging einfach nicht. Und das ist schade. Und dann am nächsten Tag hätte ich ja wieder ins gehabt. Weißt du? Oder die Woche danach. Hätte ich auch keine wieder ganz hier gehabt. Aber nein. Das gibt es ja noch in einem Moment. Oder auch schlimm. Zur Hochzeit meiner Tante ihr habt es Lachs mit so Nudeln drüber. Und dann war da so ein bisschen Käsezeug drüber. Das war so eh nur so eine... Jetzt kommt man in eine Streifestelle dann hast du quasi eh nur so eine Schicht hier gehabt. Lachs, Nudeln, Käse. Weil ich bisher nicht warte. Überhaupt Käse. Nee, das war wahrscheinlich irgendwo so eine... Irgendwie so ein Zeug auf jeden Fall. Aber wir hatten halt irgendwie ein bisschen Zusammenhänge. Das war mega lecker. Aber ich konnte halt nicht so viel davon essen. Ich hab mich den ganzen Abend damit ernährt. Aber Upwand ist halt vorbei. Da habe ich nie wieder hier essen. Einfach richtig lecker. Bestimmt ewig teuer. Aber es ist halt wahrscheinlich so ein typisches Hochzeitsessen. Warum mal meine Streifestelle sind? Ach, das ist schon wieder so ein Typ. Oh, oh. Alter! Hallo? Nur mal kommt ihr mit runter, statt um zu werfen. Naja. Auf jeden Fall. Ihr habt schon öfter lecker Essen in meinem Leben. Aber irgendwie immer nur ganz kurz. Aber dann richtig dolle viel. Oh, oh. Und das ist ein großes Problem. Für mich. Weil, wenn es da mal was leckeres gibt, dann gibt es da vielleicht richtig viel. Oder viel zu wenig. Was ist das für welche? Oh, das ist so eine... Ich dachte, das wäre auf jeden Fall. Ja, ja. Das wäre ein besonderer Gegner. Der sah gerade so aus mit seiner Kapuze. Bist du, wunderschön, die... Weißt du, vorhin habe ich mir mit einer großen Fallfalle gerechnet mit so einem Loch. Da, wo ich dieses, äh... ein bisschen Zeug rausgeholt habe aus der Leiche. Und jetzt bin ich mitten im Dorf in so einer Falle gerechnet. Und jetzt bin ich mitten im Dorf in so einer Falle gerechnet. Ich will die fallen. Mit der verbotenen Wald hat schon länger keine Zivilisation. Wie sieht das so aus. Ein bisschen unordentlich, übrigens hier. Ach, da hinter der Wand leuchtet wird. Ja. Und sowas bedrückt mich. So, und sowas. Ich mache das Rote-Teig-Kirchen in Asiatischem-Rasson hier. Leider hat der Land dichtgemacht. Ja. Mein... Ich pünktlich zu meinem Wegzug aus, aus der alten Stadt. Hat mein Döner am Bahnhof zugemacht. Zu dem ich immer gerne gegangen bin. Der hat nämlich immer so eine... Der hat immer so eine Burgersauce benutzt. Der Döner hat war erstaunlich lecker. Oh, oh. Und wo ich dann meine Wohnung übergeben habe, dachte ich mir, ich hol's jetzt mal einen letzten Döner. Was ist die Richtung? Wie kam ich denn jetzt? Da hinten sind immer noch Geräusche. Also nehme ich an, dass ich in der Richtung kam. Äh, der Richtung hin muss. Aber, und wie hat der Döner zugemacht? Das hat mich sehr genervt. Vielleicht würde ich eigentlich noch mal einen, einen essen. Das war der dicht. Tür öffnet sich nicht von dieser Seite. Was vielleicht auch mir zu denken geben sollte, weil das waren bestimmt die hygienische Gründe. Ich meine, warum macht so ein Döner Mann zu? Wenn denn, wenn er im Gesundheitsamt da war und, äh, herbe Kritik geäußert hat. Wo komme ich hierher? Äh. Schon wieder. Ich würde sagen, ich kam aus der Richtung noch nicht. Oder doch? Und ich hab beim letzten Mal die Pfanne nicht ausgelöst. Ach man. Okay, soviel zum Thema. Ich hab hier ganz gute Orientierung. Hat sie erledigt. Ich hab keine Ahnung mehr, wo ich bin. Aber hier komm ich her. Okay. Ja, und auf jeden Fall, der Döner Mann hat auch zugemacht. Auch sehr schade ist der Asiate, der bei mir sonst vorher um die Ecke gewohnt hat. Ähm. Bei meiner alten Wohnung. Sind wir mich auch mal ganz heran gegangen. Da kann ich jetzt natürlich aus logischen Gründen auch nicht mehr hingehen. Ich hab übrigens immer noch Hunger. Aber jetzt ins Reden hilft auch nicht unbedingt dabei. Nein, ich würde mir gleich noch ein Brot machen. Das wird, ja, ist ja gut. Was ist denn hier los? Hunde? Da weiß ich schon, was zu tun ist. Hünder sein sehen. Verborgener Pfad voraus. Bestimmt total verborgen. Ne, auf jeden Fall, das bedauere ich auch sehr. Weil ich hab hier in der Umläufe kenne ich halt... Ich kenne einen Döner Mann, der lecker ist. Aber der ist leider näher an meiner Arbeit dran als näher an mein Zuhause. Und beides ist jetzt nicht wirklich nah. Das ist total schade. Weil hier in der Innenstadt... Also in der Innenstadt, wo ich hingehen könnte, wo du jetzt nicht selbst... Weil in meiner Ecke hier gibt es überhaupt nichts. In der Innenstadt gibt es keine Döner Männer oder so. Wisst du? Können es maximal bis zum Bahnhof... Guck mal, hier ist der Rest für den Schirurgenzeug. Ich könnte maximal bis zum Bahnhof gehen. Da gibt es einen Döner Mann. Der ist ja auch relativ ein Reichwert, der komische Hauptbahnhof für mich. Sind, äh, vier Straßenbahnstationen. Aber dit ist halt auch... Den fliegt nicht gut. Ich fahr jetzt auch nicht Straßenbahn, um einen Döner zu holen. Seht nicht ein. Geht aber keiner noch laufen. Für eine Stunde. Zehn, naja, für ein Schnee. Aber trotzdem. Sind die jetzt da unten, die Viecher? Wo kommt denn die denn jetzt her? Ich dachte, ich hätte die alle getötet. Der ist auf jeden Fall ernsthaft doof. Ja. Ja, war ich halt noch weiter aus. Wirst du erst mich mal die ganze Zeit anspringen und jetzt hier auf jeden Fall mal ihn auf Ausweichen machen, oder was? Vorher war es auch nicht so zurückhaltend. Irritierend. Ne, ernsthaft schlimm auf jeden Fall. Mal auf den Abis sehen. Das gibt sogar einen Döner, der mal an, der bis 24 Uhr offen hat. Zumindest auf dem Freitag. Hat Problems, der serviert den schlechtesten Döner der Welt. Lobst du ja eigentlich, der schlechter Döner. Ja, nach Döner gelüstet es mir. Hallo, dieses behinderten Feuertypen. Wie viel lächerlich, wie viel Schaden die machen. Das ist, der haut einmal zu. Auf, 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 du bist tode. Das ist, das ist ja nicht. Gerät, bin ich? Das ist jetzt mehr oder weniger der gegenteilige Effekt von dem, was ich haben möchte, oder? Warte mal, wäre das passiert, wenn ich mich den genähert hätte? Hätte er in die Tür hinter mir zugemacht und ich bin ihm jetzt eiskalt ausgewichen, weil ich rum, schütt mir blausig, weil ich, weil ich so rumgelaufen bin. Ah, schön. Habe ich eigentlich meine Laterne an? Ne, habe ich nicht. Guck mal hier. Ha, ha, Licht. Ha, ha, ha. Achso, das wäre, achso, das wäre quasi, wenn ich wahrscheinlich zu denen hingelaufen wäre. Aber dem bin ich intelligent ausgewichen, indem ich von vornherein rumgelaufen bin. Naja. Ein bisschen verwirrend ist das Dorf hier. Grabe Lahnkoller in der Innenstadt, kann das gleich passieren? Kann das vielleicht passieren? Ne, also meine Dünnerbude, die ich da hatte, die, das ist, in der alten Stadt war das ja, ich habe ja, da habe ich ja erst recht nicht in der Innenstadt gewohnt, weil ich in der Magdeburg keine Innenstadt hat. Naja, das ist keine echte. Da habe ich ja, da habe ich ja, obwohl der da unnig wohnt, in der Neustadt wartet. Ja, Westingebäude, was ist das denn? Jetzt wird es interessant. Äh, da ich in der alten Neustadt gewohnt hatte, die das genannt. Also, weil ich immer noch die neue Neustadt, logischerweise. Ich müsste das hier übrigens bald mal finden, weil ich gleich mich... Achso, oh nein. Ja. Ich dachte, das wäre so ein anderer Typ. Ich bin jetzt hier nicht willens zu sterben. Mal gucken, ich halb mich noch mal. Was soll der Geiz? Nein! Ob ich diese Typen hasse? Also, auch wenn sie schnell down gehen, gucken sie ganz schön. weiter am Text. Ich wollte mir das in die Zeit gucken. Danach sind wir auch fertig für heute. Das ist kein... Ich habe beziehungsweise zweimal Chirurgenhandschuhe. Schön. Und auch ein Chirurgengewand, oder? Hör ich mich damit bei Dingenswurm ein? Ich habe ein weißes Kirchengewand. Diese Doktoren sind die Vorgesetzten des schwarzen Präventivjäger und Spezialisten in der experimentellen Blutbehandlung sowie der Plage der Bestien. Sie glauben, dass Medizin keine Form der Behandlung, sondern eine Forschungsmethode sei, dass manches Wissen nur die Berührung mit der Krankheit erlangt werden kann. Ja, ist klar. Was habe ich jetzt hier gefunden? Berührung der Bestie, oder wie so? Ach ja. Eines der verbotenen Jägerwerkzeuge des Erschwurzlosen Issy nutzt die Stärke der fürchterlichen und toten Dunkelbestie und werden auch nur kurz und seine feindmütige Werte einer der Brunnenbestie zurückgeschlagen. So beschreibe ich die Geräusche über die Stimmbänder des Nutzers übertragen, was die Frage auf welche schrecklichen Dinge im Körper der Menschen schlummern. Brauche ich 15 Arkanen? Okay, das sind wahrscheinlich die magischen Fähigkeiten. Ah ja, okay. Jetzt schon, wenn die Lage entsprechend ist, steigen die Mieten schnell an. Naja, aber das ist nicht in Magdeburg. Ich kann dir versichern, wenn du mal auf Jugelmaps guckst, Magdeburg, Neustadt, wo der Dünnerladen war, nämlich in direkt die Uhr von Neustadt schon im Bahnhof, dann wirst du da sehen, dass da lauter leere Abrissgebäude, also die Abrissgebäude nicht, aber stehen, da ist Platz. Also, da kann ich mir nicht vorstellen, die Miete da und was kostet. Ich hatte auch mal einen Kumpel, da ist ja auch direkt dem Bahnhof, das ist ja nicht so teuer. Ich würde mich gerne mal anschauen, kann ich hier freischalten? Das ist jetzt, ich renne jetzt hier mit 40.000 Seelen rum und, also, Blut-Echos. Und irgendwie ist das jetzt hier doch rennt schon dolle weit, bis du hier zurück zum Leuchtfeuer, ne? Das ist jetzt, wenn ich hier wieder zurückrennen muss, da krieg ich einen ganz schön Hachi. Ich würde das hier sehr ungern sterben. Gerade aus einer komischen Brücke. Na gut, wir sind aber auf jeden Fall fertig für heute mit Bloodborne. Ja, ne? Gucken wir mal, ob wir hier einen Shotgun finden. Das sieht mir gut aus mit meiner roten Robe. Sehr angenehm. Schön, schön. das ist mir gut aus. Das ist mir gut aus. Das ist mir gut aus. Vielen Dank.